Er lächelte durch seine persönliche Hölle und leugelte es immer ein Bündchen. Aber er hoffte zu viel und dachte, ja, und jetzt ist der Kaspar der nette Gast. Er war immer möglich, wie mit ihm gesagt, dass er nichts war als ein Paar, aber auf Wiedersehen, denn er muss jetzt gehen. Und er ist jetzt Kaspar der nette Gast, wie man behandelte ihn, als er noch schwebte. Du kannst dir kein Respekt haben, wie die Bibliothekanne mal sagte, aber jeder Mann respektiert den Tunnel. Und jetzt lieben sie ihn, den netten Geist. Und jetzt sagen wir, wir werden niemals vergessen, als wir gemein waren und wir niemals fanden. Einfach singen, Liebe, lebe für immer, danke dir, Kaspar, du netter Geist. Einfach singen, Liebe, lebe für immer, danke dir, Kaspar, du netter Geist. Einfach singen, Liebe, lebe für immer, danke dir, Kaspar, du netter Geist.